Wo ich angefangen habe, das war mit vier Jahren, da war natürlich kein Olympia-Gedanke, sondern einfach nur Spaß und Leidenschaft und das ist halt einfach über die Jahre dann einfach dazukommen und dann hat man einfach so im Jugendalter dann gemerkt, da wird was gehen, da ist Potenzial auf jeden Fall da und dann sind natürlich die Ziele und alles dazukommen. Mich motiviert auf jeden Fall in erster Linie meine Familie und mein Lebenspartner, die mich immer unterstützen und immer hinter mir stehen seit vielen Jahren und ja auf jeden Fall kleine Trainingsfortschritte und die Erfolge natürlich. Bayern bedeutet mir alles. Ich bin mega Heimat verbunden und Bayern ist für mich einfach alles, da stimmt einfach alles zusammen. 4 November 5 1 Untertitelung des ZDF, 2020